Red Honey von Carola Kickers gelesen von Dirk Hardegen Genießen Sie Red Honey, den neuen Duft, der die Sinne betört und Ihrem Leben eine neue Dimension schenkt. So oder ähnlich lauteten die Werbebotschaften, die seit Wochen in den Medien rauf und runter liefen und von Stark Cosmetics produziert worden waren. Gabriel Stark war nicht nur einer der reichsten und einflussreichsten Männer der Welt. Er herrschte noch über ein ganz anderes Imperium, über das Imperium der Nacht. Und damit waren nicht allein die zahlreichen Nachtclubs gemeint, die er überall auf der Welt unterhielt. Gabriel Stark war ein Macher, ein Selfmade-Milliardär, wie es hieß, und zu allem Überfluss ein Vampir. Er und sein Sohn Ruben waren die Paten der internationalen Vampirloge der Sangue Ombra, die sich kurz Sanguiner nannten und in der heutigen Zeit nicht mehr allein in der Dunkelheit agierten. Stark war stattlich von Statur, muskulös gebaut und trug einen verwegenen Dreitagebart. Man schätzte ihn als Menschen auf Mitte 40, während sein Sohn eher sportlich eleganter herkam und mit einem Gigolo verglichen wurde. Ruben war in der Tat dem süßen Leben nicht abgeneigt, doch trotz seines jungenhaften Äußeren steckten in ihm die Gefährlichkeit eines Alligators und genauso schnell und erbarmungslos konnte er reagieren. Mit 28 Jahren teilte er sich die Macht mit seinem Vater, der bereits 1998 begonnen hatte, eine ganz bestimmte Forschung ins Leben zu rufen, die jetzt mit Red Honey ihren ersten Erfolg feierte. Wie jeden Morgen trafen sich Vater und Sohn zu einer Besprechung mit der Marketingchefin Lilly, die ebenfalls zur Loge gehörte. Genau genommen zählten etwa 70 Prozent der Angestellten des Konzerns zu den Kindern der Nacht. Stark versorgte sie gut, zunächst mit Blutersatzstoffen, damit sie nicht auf die Menschen losgingen und ihre Tarnung nicht aufflog. Ihre Empfindlichkeit gegen Tageslicht und die üblichen Kampfmittel der Menschen verloren die Vampire bereits Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie nutzten die Schwächen ihrer Beute, ihrer Feindseligkeiten und Kriege, um sich gütlich zu tun, und sie überlebten recht gut dabei, bis ihnen die moderne Technik eine fast sorgenfreie Existenz ermöglichte. Das aber war dem Konzernchef nicht genug. Genau wie die menschliche Rasse strebte auch er nach mehr. In diesem Fall aber nicht nach mehr Geld, sondern nach mehr Einfluss. Wie jeden reichen Mann hatte auch ihn irgendwann die Langeweile gepackt. Ziele waren mit Geld zu einfach zu erreichen. Was sollte man sich da als nächstes vornehmen? Gabriel kannte da nur noch für ihn ein erstrebenswertes Ziel, die Weltherrschaft. Und das bezog sich nicht allein auf die menschliche, nein, auch auf seine eigene Rasse. Gabriel Stark teilte nur ungern, vor allem nicht Macht. Dennoch brauchte er die Loge, um seinen Plan letztendlich in die Tat umzusetzen. Aber seine wahren Absichten verschwieg er, selbst vor dem Rat der Logenmitglieder. Für ihn waren alle nur Mittel zum Zweck. Die Menschen und die Vampire, auch die Loge selbst. Denn viele von ihnen waren ebenfalls abhängig. Wie sehen die Verkaufszahlen für diese Woche aus? Fragte er die Marketingleiterin gerade heraus. Lili Brenner war eine zierliche, kleine Asiatin mit einem überdurchschnittlichen IQ, was Verkaufsstrategien anging. Im Augenblick verzeichnen wir eine gewisse Stagnation nach dem Weihnachtsgeschäft, musste sie aber jetzt kleinlaut einräumen und warf einen hilfesuchenden Blick zu Ruben hinüber. Dieser widmete sich lieber den Unterlagen vor ihm auf dem Tisch. Die Kleine hat ihm mal ein paar Nächte versüßt, mehr nicht. Stark brummte unzufrieden. Wir müssen dieses Zeug unter die Leute bringen. Die Entwicklung der neuen Serie wird sich noch einige Zeit hinziehen. Wie sieht es mit der gesamten Red Honey-Linie aus? Bereitwillig gab Lili ihm die Verkaufszahlen für die Duschcremes, Lotionen und die gleichnamige Männerserie. Sind das die internationalen Zahlen, wollte Stark wissen. Lili nickte. Sein Sohn hatte der Unterhaltung interessiert zugehört. Nicht nur, weil er unter anderem als männliches Model für die Werbekampagne tätig gewesen war. Nein, eher aus persönlichem Interesse. Wann kriegen wir die erste Ernte, Dad? fragte er neugierig. Stark blickte seinen Sprössling zurückweisend an. Nicht vor drei Monaten. Die Menschen müssen zunächst einmal auf den Geschmack kommen. Und zu der Asiatin gewandt. Machen Sie uns eine Liste von Stammkunden. Verstärken Sie die Kundenbindung. Finden Sie heraus, wo die größten Absatzgebiete sind. Starten Sie entsprechende Werbeaktionen in den schwachen Verkaufsgebieten, etc., etc. Sie wissen schon. Sofort, Mr. Stark, beeilte sich Lili zu sagen und packte geschäftig ihre Aktentasche zusammen. Morgen früh haben Sie die ersten Ergebnisse. Mit diesen Worten verließ sie den Raum im obersten Stockwerk des gläsernen Turms im Zentrum von Berlin. Die Beamtin Efi Fischer von der Kripo Berlin hatte sich wieder einmal die Nacht um die Ohren geschlagen. Sie hasste es, ab und zu für das Sittendezernat den Lockvogel im Rotlichtmilieu spielen zu müssen. Ihr Kollege Thilo Weinbach, kurz Thilo genannt, zog sie nur zu gerne damit auf. Es ist einfach lächerlich. Allein diese Maskerade jedes Mal, schimpfte sie lautlos vor sich hin, als sie sich an ihrem Spind umzog. Nur um ein paar Freien eine Lektion zu erteilen. Wozu habe ich eigentlich die ganze Polizeiakademie absolviert? Und das an meinem Geburtstag? Wütend feuerte sie ein verschwitztes T-Shirt in den Spind und knallte die Metalltür zu. Dabei fiel ein kleines, bunt eingepacktes Päckchen heraus. Na, wenigstens einer, der an mich denkt, murmelte sie noch. Dann band sie ihre langen, blonden Haare im Nacken zusammen, packte ihr Geschenk in die Handtasche und fuhr nach Hause, um endlich zu frühstücken und sich auszuruhen. An viel Ruhe war leider nicht zu denken. Vier Stunden später, es war kurz nach elf Uhr, klingelte ihr Handy. Völlig verschlafen nahm Evi ab. Thilo hier, du solltest dir das hier mal ansehen. Im Diamond Rose liegen drei Leichen. Mit Diamond Rose war ein bekannter Swinger-Club gemeint, der im Verdacht stand, seinen Gästen auch weiche Drogen anzubieten und ein beliebtes Ziel für eine spontane Razzia war. Diesmal fand man dabei zwar keine Drogen, aber dafür drei Tote in einem Separé. Der durchweg in rot ausgeleuchtete Raum ließ die hüllenlosen Leichen eines Mannes und zweier Frauen in einem unwirklichen Licht erscheinen. Die Spurensicherung war gerade fertig mit ihrer Arbeit, als Evi eintraf. Sie hatte unterwegs den dritten Kaffee bei einer Fastfood-Kette erstanden, um halbwegs wach zu werden. Was ist mit denen, fragte sie ihren Kollegen ziemlich teilnahmslos und deutete auf die Leichen. Haben die sich etwa übernommen? Thilo Weinbach sah Evi zweifelnd an. Für so taff hätte er sie gar nicht gehalten. Nee, die leiden unter akuter Blutarmut, grinste er jetzt zurück. Evi hob die Augenbrauen. Spaß beiseite, korrigierte der sportliche Beamte sich mit einem Grinsen. Laut Polizeiarzt haben alle drei nichts mehr in den Adern als Alkohol. Gib her, fauchte Evi jetzt und riss ihm den vollgekritzelten Notizblock aus der Hand. Dort las sie die gleiche Diagnose. Übermäßiger Blutverlust. Wie wollt ihr bei dem Zimmer überhaupt feststellen, was und wo Blut ist, fragte sie. Thilo ging zu einem Lichtschalter. Nachdem er ihn betätigt hatte, war die rote Beleuchtung ausgeschaltet und ein normales Neonlicht sorgte für nackte und sehr blasse Tatsachen. In einer Zimmerecke lagen weiße Kittel und ein umgestürzter Transfusionsgalgen. Evi zog die Brauen hoch. Was sollte das denn? Thilo grinste anzüglich. Untypisches Rollenspiel, würde ich sagen. Herr Doktor vernascht zwei Schwestern. Seine Kollegin strafte ihn mit einem verächtlichen Blick. Du scheinst dich ja gut auszukennen. Thilos Grinsen wurde noch breiter. Der Gerichtsmediziner hatte die letzten Worte gehört, als er zu den Beamten trat. Diesmal suchen wir nicht den dritten, sondern den vierten Mann, sagte er ganz nüchtern. Irgendjemand muss mit einem Koffer voller Blutkonserven hier heraus spaziert sein. Lassen Sie mich raten, erwiderte Evi. Es hat wieder mal keiner was bemerkt. Dr. Krug zog die Achseln hoch. Wie immer. Warten Sie einfach auf den Obduktionsbericht, schlug er vor. Die Kripobeamtin gab ihrem Kollegen resigniert das Notizbuch zurück. Ich lege mich noch eine Runde aufs Ohr. Zur gleichen Zeit ging das Telefon im Chefbüro des Starktowers. Gabriel Stark nahm den Hörer ab und lauschte. Wie lange wird es reichen? fragte er dann. Eine Männerstimme gab einen kurzen Bericht. Gut, führen Sie die Versuche fort und halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich werde die Mitglieder der Loge informieren. Damit war das Gespräch beendet. Kurz vor 18 Uhr fanden sich Thilo Weinbach und Evi Fischer in den nüchtern gekachelten Räumen der Gerichtsmedizin ein. Dr. Siegfried Krug, der Pathologe, hatte ganze Arbeit geleistet. Bei dem Anblick der geöffneten Körper war selbst Thilo, das sonst so freche Lachen, vergangen. Überhaupt sah der Middreißiger mit den kurzgeschnittenen, braun gelockten Haaren eher so aus, wie ein Überbleibsel der 70er Jahre. Zumindest was sein Outfit anging. Da hatte er so etliche Modetrends verpasst. Evi dagegen war wie immer sachlich, aber modern gekleidet. Am liebsten trug sie Hosenanzüge. Mit Röcken und Kleidern hatte sie dagegen nicht viel im Sinn, obwohl ihr diese bei ihrer schlanken und durchaus weiblichen Figur gut gestanden hätten. Aber die Lust an diesen Kleidungsstücken war ihr seit ihrer Arbeit bei der Sitte gründlich vergangen. Zu oft hatte sie ihre Reize öffentlich zur Schau tragen müssen. Also warum ich sie hergebeten habe, begann Dr. Krug zu erklären, ist die Tatsache, dass diese drei Leichen wirklich so gut wie kein Liter Blut mehr in den Adern haben. Ihre Arterien wurden wie bei einer Blutspende angezapft. Allerdings war am Tatort so gut wie kein Blut zu finden. Ansonsten waren alle drei recht gesund. Bis auf die Leber dieses Kerls hier. Er deutete dabei auf die männliche Leiche. Evi schnaubte verächtlich. Alkohol hatte das Leben ihres Vaters ruiniert. Erzählen Sie mir nicht, die haben das freiwillig gemacht, warf sie ein. Der Pathologe schüttelte den Kopf. Sie wurden mit GHB betäubt, ein geruchs- und geschmackloses Mittel, auch als Vergewaltigungsdroge bekannt. Da kommt jeder Technofreak dran. Thilo versuchte immer noch, seine Blicke von den Toten abzuwenden. Dann sind Sie sozusagen friedlich entschlafen, bemerkte er auf die gewohnt zynische Art. Evi seufzte ergeben. Womit hatte sie den verdient? Dr. Krug fuhr ungerührt fort. Ansonsten gibt es keine weiteren Gemeinsamkeiten. Wenn man davon absieht, dass alle drei die gleichen Duftstoffe benutzten und diese bestehen, jetzt wird es interessant, unter anderem aus Pheromonen. Dann hatten Sie doch noch mal richtig Spaß, versuchte Thilo zu scherzen. Dr. Krug sah ihn strafend an. Ich habe den Duft analysiert. Er besteht aus Tonkabohne, Moschus und einigen Fruchtkomponenten. Außerdem habe ich eine mir unbekannte Substanz darin gefunden, die dem menschlichen Blutplasma ähnelt, nur sehr viel stabiler. Ich werde da noch einige Tests machen müssen. Der Duft selbst ist, ja, guter Durchschnitt, würde ich sagen. Alles in allem, es handelt sich um Red Honey. Sagt mir nichts, murmelte Efi. Ist doch nicht die richtige Qualität für deinen Job, unkte ihr Kollege. Efis Blick zu ihm sprach Bände. Sie würde um einen neuen Partner bitten, sobald ihre Prüfung gelaufen war. So viel stand für sie fest. Gerade spielte die Band Shadows of Heaven in der Großdiskothek Exit to Nowhere in Berlin. Die Musiker waren bei Stark Records unter Vertrag und sollten für rockige Stimmung auf der Promotion Party für das neue Parfum sorgen. Schließlich wollte Stark vor allen Dingen die jungen Leute mit seiner Kampagne ansprechen. Lilly hatte festgestellt, dass Berlin selbst keine der Verkaufshochburgen für Red Honey war, ganz im Gegensatz zu Tokio, Paris und Los Angeles. Daher hatten Gabriel und Ruben Stark dieses Groß-Event ins Leben gerufen. Natürlich waren auch Presse und Medien vertreten. Ebenso wie die Fans der Band, die draußen vor der Absperrung standen, kreischten und Plakate schwenkten. Ein paar langbeinige Models verteilten draußen vor dem Lokal Duftproben an die Gäste. Stark selbst war sehr zufrieden mit dem gelungenen Abend. Er und sein Sohn hatten einigen auserwählten Journalisten ein paar Interviews gegeben und schlürften nun genüsslich einen Cocktail in der VIP-Lounge des Clubs, in die man nur über eine Treppe gelangte und die wie eine Terrasse angelegt war, von der aus man die Tanzfläche übersehen konnte. Ein paar Eiswürfel klirrten in den Gläsern, als diese zurück auf den Tisch gestellt wurden. Menschen sind doch mit den einfachsten Dingen zufriedenzustellen, bemerkte der Konzernchef Suffisant und warf einen Blick auf die wogende Menge vor der Bühne. Man muss nur ihre Grundbedürfnisse erfüllen, und sie fressen dir aus der Hand. Sein Sohn grinste zustimmend. Bis sie selbst gefressen werden, bemerkte er. Der Geschäftsführer der Diskothek hatte es sich nicht nehmen lassen, seinen hochrangigen Besuch persönlich zu bedienen. Nun, Sir? fragte er neugierig, als er noch einmal nachschenkte. Der beste Red Curaçao, den ich je getrunken habe, lobte Stark mit einem seltsamen Unterton in der Stimme. Ruben grinste und lehnte sich lässig in die weichen Polster der Lounge zurück. Da kann ich nur zustimmen, bemerkte er mit geschlossenen Augen. Von den Feierlichkeiten bekamen die beiden für einige Zeit nicht mehr viel mit. In ihren Adern rann der süße, rote Honig, den ihre Vasallen aus dem Lebenssaft der Menschen gewonnen hatten. Ich muss sagen, Vater, deine Idee begeistert mich jetzt erst recht, nachdem ich das Zeug gekostet habe, sagte Ruben, als er wie aus einem Traum erwachte. Gabriel hatte die Auswirkungen des Cocktails längst überwunden. Mit Red Honey verhielt es sich wie mit allen Drogen. Einmal dabei, immer dabei. Er selbst nahm deshalb ab und zu nur eine kleine Kostprobe. Ja, die Ergebnisse sind recht vielversprechend, aber das Schönste kommt noch, versprach er seinem Sohn. In ein paar Jahren werden sie alle uns gehören. Ein leises, spöttisches Lachen kam aus der Richtung seines Sprösslings. Armando Silva, deutscher Staatsbürger spanischer Herkunft, war bislang noch nicht aktenkundig. Der glutäugige Latino war als schmieriger Frauenheld und leidenschaftlicher Spieler im Milieu wohl bekannt. Er gehörte nicht zur Loge, sondern war als sogenannter Leftover ein gebissener, aber nicht gewandelter Mensch, der bei den alteingesessenen Logenmitgliedern so viel Status wie eine Ratte inne hatte. Leftovers waren nicht zum Bluttrinken gezwungen und konnten sich meist unerkannt unter den Menschen bewegen, waren größtenteils lichtscheu und labil vom Charakter her, oft auch psychopathisch und manisch-depressiv. Bei einigen zeigte sich sogar eine Art Verfolgungswahn, der nur noch stationär in einer Klinik behandelt werden konnte. Die Flucht in eine andere Art der Abhängigkeit als Blut war bei diesen Leftovers an der Tagesordnung. Bei Armando, kurz Mando genannt, war es die Spielsucht. Auch er war nichts weiter als ein nützlicher Handlanger für die Loge. Man ließ ihn gewähren für kleine Dienstleistungen. Mittlerweile aber hatte er sein Glück zu sehr herausgefordert. Er schuldete einigen Leuten eine Menge Geld. Heute Nacht hatten seine Spielschulden ihn in die Bredouille gebracht. Zwei Muskelmänner aus dem Silver-Dollar-Spielsalon stellten ihm nach und drängten ihn nun in einen Hinterhof. »Hör zu, Kleiner«, drohte ihm der eine, der ihm mit seinem massigen Körper gegen die Steinmauer drückte. »Zahl deine Schulden bis Samstag, oder?« Der andere Gorilla unterbrach ihn. »Lass ihn doch ein paar von den Honigbenen ranschaffen,« schlug er vor. Der Erste schaute ihn vielsagend an. »Gute Idee!« Beide wandten sich nun zu dem jungen Spanier. »Wenn du dem Boss hin und wieder eine Lady bringst, die Red Honey trägt,« der Junge nickte eingeschüchtert. »Mach ich, Chef, mach ich. Geht klar,« beeilte er sich zu sagen. Erleichterung schwang bereits in seiner Stimme mit. Die Muskelmänner ließen von ihm ab und verschwanden mit einer letzten warnenden Handbewegung einer abgefeuerten Pistole in Mandos Richtung. Dieser konnte nicht ahnen, dass der Boss dieses Etablissements und vieler anderer ähnlicher Einrichtungen der Sohn von Gabriel Stark war. Mittelsmänner regelten als Geschäftsführer das ganze Netzwerk, dessen Hauptaktivitäten nach Einbruch der Dunkelheit stattfanden. Diese Aktivitäten hatten jedoch wenig mit den üblichen menschlichen kriminellen Machenschaften zu tun. Die Wahrheit sah ganz anders aus. Die Loge hatte nicht umsonst die Herrschaft über den Nachtclubs und das Rotlichtmilieu übernommen. Sie suchten sich dort gesundes Menschenmaterial aus, um Nachkommen zu zeugen, die von Geburt an Vampire waren und damit stärker und mächtiger als die gewandelten Geschöpfe. Letzte waren sozusagen zweite Wahl. Wie in einem Bienenstaat bediente sich die Loge ihrer Arbeiter und Dienstleister. Außerdem waren die Gewandelten gezwungen, vorwiegend in der Dunkelheit zu existieren, während die Mitglieder der Loge unabhängig von der Tageszeit agieren konnten. Um einen geborenen Vampir zu schaffen, musste eine Frau zwar gebissen, durfte jedoch nicht vor der Geburt gewandelt werden. Aber das lag sowieso nicht im Interesse der Sanguiner. Diese Art der Vermehrung war ausschließlich ihren eigenen Mitgliedern vorbehalten und auch nur ein einziges Mal in ihrem unsterblichen Leben möglich. Nach der Geburt eines Kindes waren diese weiblichen Leftovers wertlos für die Sangue Ombra und verschwanden meist spurlos von der Bildfläche. Andere landeten als Junkies in der Gosse oder gar in einer psychiatrischen Klinik, wo ihnen sowieso niemand Glauben schenkte, wenn sie was von Vampiren schwatzten. In einer eben solchen Klinik befand sich auch Rubens Mutter, die der Junge niemals kennengelernt hatte. Er war immer nur der Sohn des mächtigen Gabriel Stark gewesen. Im Alter von sieben Jahren wuchsen den geborenen Vampiren die späteren Fangzähne. Von da an war ihnen erlaubt, selbstständig zu jagen. Über ihr unsterbliches Alter entschieden die Kinder selbst. Einige waren so begabt, schon mit Anfang 20 ihr Altern zu beenden. Andere waren etwas langsamer und lernten es erst so um die 40. Die älteren Vampire der Loge sorgten für die Erziehung der Elite-Vampire. Sie versorgten, lehrten und beschützten sie, bis sie selbst wichtige Aufgaben in ihrer oder der Menschenwelt übernehmen konnten. Gebissene Opfer zu wandeln war ebenfalls ein Privileg der Loge und nur den Alten vorbehalten, die dies mit Verantwortung taten, denn ein Erschaffer blieb sein Leben lang verbunden mit dem erschaffenen Vampir. Und das ist eine lange Zeit angesichts der Ewigkeit. Die Gewandelten selbst hatten diese Fähigkeit nicht. Aufgrund der hohen Fehlgeburtenrate war es immer wieder ein Anlass zum Feiern für die Loge, wenn ein echter Vampir auf die Welt kam. Kurz nach der bestandenen Prüfung zum Kommissar wurden Efi Fischer und Thilo Weinbach gemeinsam zum Morddezernat versetzt. Hier wurden sie auch gleich mit zwei neuen Frauenleichen konfrontiert, deren Tod eine frappierende Ähnlichkeit mit den Morden aus dem Swingerclub hatte. Eine aus Charlottenburg, die andere aus Hellersdorf. Keine Gemeinsamkeiten bis auf das Parfum und natürlich Blutleere, berichtete Thilo, der Efi am Schreibtisch gegenüber saß. Beide stammen aus gesicherten Verhältnissen und schien wohl auf die harte Tour zu stehen. Mit diesen Worten reichte er seiner Kollegin die Akte herüber. Efi warf einen Blick hinein und verzog angewidert das Gesicht. Die Fotos darin stammten aus dem Dark Future, einem weiteren Club, der sich auf SM-Spiele spezialisiert hatte. Davon zeugten die roten Striemen auf dem Rücken der Frauen und die Fesselspuren an den Hand- und Fußgelenken. Etwas unterschied diesen Fall von dem ersten. Dieses Mal waren die Opfer bei vollem Bewusstsein gewesen. Wieder gab es keine Spuren von weiteren Personen am Tatort. DNA-Spuren? fragte Efi. Nichts. Der oder die Kerle müssen Kondome und Handschuhe benutzt haben, war Thilos Antwort, bevor er herzhaft in sein Frühstücksbrot biss. Efi schüttelte den Kopf. Der Kerl hatte ein Benehmen. Die beiden Ermittler machten sich auf die Suche nach Hinweisen aus dem Umfeld der beiden Toten. Nach wie vor blieben die Resultate recht mager. Die einzige Gemeinsamkeit sind die Diskothekenbesuche, bemerkte Efi, als sie beide wieder zurück auf dem Revier waren und die Unterlagen nochmal durchgingen. Wem gehört das Exit eigentlich? fragte sie ihren Kollegen. Thilo zuckte mit den Schultern. Dem gleichen Typen wie das Future. Irgend so einem reichen Schnösel. Ruben Stark oder so ähnlich. Amerikaner mit mehreren Wohnsitzen auf der ganzen Welt, größtenteils von Berufssohn und ein bekannter Gigolo. Auf jeden Fall kann der jedes Model haben, der würde sich nie mit ein paar Hausfrauen abgeben, meinte er mit einer Spureifersucht in der Stimme. Efi hatte sich noch nicht einmal für sein Geburtstagsgeschenk bedankt. Er konnte nicht an, dass sie das Päckchen bislang noch nicht einmal geöffnet hatte. Es lag immer noch auf ihrem Nachttisch. Allerdings war er auch zu schüchtern gewesen, eine Karte beizulegen und seinen Namen zu erwähnen. Keine Sorge, du kriegst schon noch eine ab, spottete Efi. Thilo verzog das Gesicht. Ich glaube, ich werde heute Abend mal tanzen gehen. Schließlich haben wir Wochenende, ärgerte sie ihn weiter und begann demonstrativ ihren Schreibtisch aufzuräumen. Im Designer-Outfit hätte Thilo Weinbach seine Kollegin bestimmt nicht wiedererkannt. Efi trug eine schwarze Hose und ein silbernes Paillettentop, das viel Rücken zeigte. Die schlanke Taille war mit einem breiten Gürtel betont. Den dazugehörigen Blazer gab sie an der Garderobe ab. Diesmal trug sie ihr langes Haar aufgesteckt. Nur zwei freche Strähnen reichten bis zum Schulteransatz hinunter. Schwarze Strassohrhänger konkurrierten in der Länge mit ihnen. Das Make-up betonte die großen türkisblauen Augen und den sinnlichen Mund. Niemand hätte bei dieser bildhübschen Frau eine Polizistin vermutet. Kein Wunder, dass der Türsteher ihr auf Anhieb Einlass gewährte. Efi wusste selbst nicht, was sie überhaupt hier im Exit to Nowhere suchte. Sie beschloss einfach, sich zu amüsieren. Die mehr oder weniger unbeholfenen Flirtversuche der anwesenden Männer ignorierte sie geflissentlich mit unterkühltem Charme. Ihre Drinks bezahlte sie selbst. Es gelang ihr ganz gut, die kühle Blonde zu spielen, bis sie in ein paar schwarze Augen sah, in denen sich die bunten Lichter der Diskothek nicht widerspiegelten. In diesem Augenblick verstummte die Musik in ihren Ohren. Das Augenpaar, das sie dort unverwandt anstarrte, zog sie in den Bann. Es gehörte zu dem schmalen, glatt rasierten Gesicht eines großen, sehr schlanken Mannes, dessen halblange, leicht gewählte Haare bis auf die Schulter fielen. Dieses Gesicht hatte sie schon von einigen Werbeplakaten angelächelt. Die obersten Knöpfe seines schwarzglänzenden Hemdes waren geöffnet. Etwas an ihm erinnerte Efi an einen Piraten. Etwas Wildes, Unnahbares umgab diesen Mann, der sich jetzt auf sie zubewegte. Gestatten? Ruben Stark, Besitzer dieser Diskothek und von so einigem anderen, stellte er sich mit einem gewinnenden Lächeln und einer angedeuteten Verbeugung vor. Normalerweise hätte Efi bei so einem Spruchreis ausgenommen. Doch sie war unfähig, sich zu bewegen. Sie fühlte sich wie ein Teenager auf dem Schulball. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Eine schöne Frau wie sie gehört auf die Tanzfläche, um bewundert zu werden. Darf ich bitten? bat sie der Mann jetzt und nahm, ohne ihre Antwort abzuwarten, ihre Hand, um sie auf die Tanzfläche zu führen. Seine ruhige Stimme klang trotz aller Höflichkeit wie eine Aufforderung. Als hätte Ruben dem DJ ein Zeichen gegeben, legte dieser eine langsame Ballade aus den 80er Jahren auf. I just died in your arms tonight, sang die Cutting Crew. So kam Efi sich auch vor, als Ruben sie fest in den Arm nahm. Die Kessebeamtin konnte nicht ahnen, dass dieser Mann über uralte, emphatische Fähigkeiten seiner Rasse verfügte und diese bedenkenlos einsetzte, wenn es um eine schöne Frau ging. Mit seinem Mittelfinger strich er beim Tanzen sanft ihr Rückgrat entlang. Eine fast zufällige Geste, die er recht geschickt einsetzte. Dadurch schmiegte sich der schlanke Frauenkörper unwillkürlich enger an ihn heran. Sie spürte seinen Atem bis in ihren Nacken und roch ein sündhaft teures Aftershave. Efi wusste gar nicht, wie ihr geschah. Sind sie das erste Mal bei uns im Exit? fragte Ruben plötzlich. Als hätte er damit einen seltsamen Zauber zerstört, zuckte Efi zusammen. Ja sicher, sagte sie, gedankenverloren. Wie konnte er sie nur so gemein aus ihrer Traumwelt herausreißen? Sie sind bestimmt jedes Wochenende hier, stellte sie dann spröde fest. Wie hatte sie nur denken können, dass so ein toller Typ sich für sie interessierte? Der konnte doch ganz andere haben. Aber Ruben hatte seine ganz eigene Taktik. Nicht immer. Ich bin oft geschäftlich unterwegs und unsere neue Kampagne nimmt mich derzeit sehr in Anspruch, bemerkte er ganz businesslike. Innerlich amüsierte er sich königlich. Er hatte sofort gewusst, dass diese Frau noch nicht viele Männerbekanntschaften gehabt hatte und auch nicht so leicht zu erobern war. Er witterte außerdem, dass ihr Blut rein war von Chemie. Sie hatte also keinen festen Freund. Gut so. Darf ich fragen, was sie beruflich machen? fügte er dann hinzu. Natürlich, antwortete Efi nur und war froh, dass der Song endlich zu Ende war. Ich jage böse Buben oder besser gesagt, ich bin Kriminalbeamtin. Oh, ich bin beeindruckt. Und sie selbst gehen niemals in die Falle? fragte er mit einem hintergründigen Ton in der Stimme und einem herausfordernden Funkeln in den Augen. Dabei hielt er ihre Hand immer noch fest und beugte sich zu ihr hinunter. Sie war einen halben Kopf kleiner als er. Verraten Sie mir ihren Namen? fragte er direkt in ihr Ohr. Seine Nähe und dieser herbmännliche Geruch machten Sie fast verrückt. Efi, Efi Fischer, antwortete sie gehorsam, obwohl sie das gar nicht wollte. Und darf ich dich wiedersehen, Efi Fischer? Wieder war etwas in seiner Stimme, dem sie nicht widerstehen konnte. Ich werde wiederkommen, versprach sie mit heiserer Stimme und hätte sich am liebsten die Zunge abgebissen. Mit einem siegesgewissen Lächeln entließ Ruben sie in die Menge, aus der sie eilig in Richtung Ausgang strebte. Schon wieder eine, begrüßte Thilo seine Kollegin am Montagmorgen. Efi sah ihn nur an, oder besser, durch ihn hindurch. Hallo, Erde an Venus, versuchte er, ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Oh ja, dir auch einen guten Morgen, murmelte Efi nur und begab sich an die Arbeit. Thilo starrte sie neugierig an. Irgendwas, das ich wissen sollte? Bitte? Du bist so komisch heute Morgen. Oh, sorry, ja, ich, äh, keine Ahnung, Kopfschmerzen, druckste Efi herum. Thilo konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Wie heißen die Kopfschmerzen denn? Blödmann! Efi warf eine Büroklammer nach ihm. Auch bei der nachfolgenden Besprechung mit dem Chef der Abteilung war Efi eher ab als anwesend. Die Ergebnisse bezüglich der Duftmorde waren nach wie vor gleich null. Sie wären es auch geblieben, hätte der Zufall ihnen nicht Armando Silvas in die Hand gespielt. Bei der letzten Leiche waren seine Fingerabdrücke aufgetaucht. Er wurde noch am gleichen Abend in seinem Apartment verhaftet und so fanden sich Efi und Thilo wenige Stunden später mit dem Latino im Verhörzimmer wieder. Thilo Weinbach liebte es, bei sowas den bösen Bullen zu spielen. Also mein Junge, du kannst es dir einfach machen und auspacken. Oder wir buchten dich lebenslänglich wegen Mordes ein, versuchte er den Spanier einzuschüchtern. Ich habe damit nichts zu tun, glauben Sie mir. Ich kannte die Lady überhaupt nicht, beteuerte dieser mit weinerlicher Stimme. Ich bin ein Spieler, kein Mörder, rief er noch aus. Efi übernahm jetzt die mütterliche Rolle. Dann erzähl uns doch einfach mal, wie deine Fingerabdrücke auf die Uhr der Toten kommen. Wolltest du sie bestehlen? Armando schüttelte verzweifelt den Kopf. Ich habe sie doch nur in den Club begleitet, sonst nichts. Ich habe sie am Arm festgehalten. Dabei muss ich an ihre Uhr gekommen sein, gab er zur Antwort. Das hört sich nicht gerade nach einem freiwilligen Besuch an, warf Thilo ihm vor. Mando vergrub den Kopf mit den ölig glänzenden schwarzen Haaren in beide Hände. Da hatte man ihm ja was Schönes eingebrockt. Wenn ich ihnen mal ein oder zwei bringe, erlassen sie mir meine Schulden, beichtete er jetzt. Keine Ahnung, wo die danach hingehen. Wer sind die, herrschte Thilo ihn wieder an. Na die Bosse, die Loge und so, fast weinte der junge Mann. Efi und Thilo sahen sich verständnislos an. Mafia? fragten sie beide fast gleichzeitig. Armando schüttelte den Kopf. Die junge Polizistin versuchte, den Verdächtigen zu beruhigen. Erzähl uns einfach alles, ganz langsam. Von Anfang an. Okay? Armando nickte. Mit zitternder Stimme berichtete er den Beamten, was er über die Bosse wusste. Das war nicht viel, und das meiste hörte sich an wie wirres Zeug aus einem schlechten Film. Ist er auf Drogen? Wir sollten ganz dringend mal einen Test mit dem Kerl machen, flüsterte Thilo Efi zu, als sie sich das Geständnis anhörten. Nach seiner Aussage fragten sich die Ermittler allen Ernstes, ob sie den Jungen in die Psychiatrie einliefern lassen sollten. Wer sollte ihm diese Geschichte von den Vampiren glauben? In der Mittagspause kamen sie noch einmal auf den Fall zu sprechen. Angenommen, es gibt diese Draculas. Was? Stehen die alle auf dieses Parfum? fragte sich Thilo. Efi bis in einen Hamburger. Keine Ahnung. Wir sollten doch mal ganz von vorne anfangen. Die Aussage von diesem Silvers nimmt uns eh kein Staatsanwalt ab, meinte sie kauend. Irgendwas muss aber dran sein. Also die Typen waren doch alle blutleer, beharrte Thilo. Na und? Gibt doch genug perverse Spinner und Ritualfreaks. Sogar Kannibalen. Unsere echten Verbrecher sind allemal schlimmer als diese Möchtegernbeißer. Ich wette, dass irgendwo ein armer Irrer mit einem Transfusionsbesteck im Aktenkoffer herumläuft, setzte Efi dagegen. Und so ein Märchen aufzutischen, schnaubte sie noch empört. Naja, wir haben dafür keinerlei Anhaltspunkte. Nicht mal die Beschreibung eines Verdächtigen. Und was will jemand mit so viel Blut? merkte Thilo an. Darauf wusste auch Efi keine Antwort. Immerhin führen die Spuren immer wieder in diese Diskothek, gab er noch zu bedenken. Für den Bruchteil einer Sekunde leuchteten Efis blaue Augen auf. Dann wurde ihr Blick wieder sachlich. Ist ja auch ein sehr bekannter Schuppen. Da wirst du eine Menge Leute aus Berlin wiederfinden. Ich werde mich mal selbst darum kümmern, versprach sie eilig. Sie freute sich schon auf das Wiedersehen mit Ruben. Bei Tageslicht sah die Edeldisco gar nicht mehr so edel aus. Ihr ging es wie einigen Ladies, die dort ein- und ausgingen. Sie war nur bei Nacht schön. Ernüchtert klingelte die Beamtin am Lieferanteneingang. Einer der Kellner öffnete ihr. Offenbar hatte sie dieses Mal Pech. Ruben Stark war gar nicht in der Stadt. Irgendwie versetzte ihr das einen Stich. Sie hinterließ ihre Visitenkarte und fuhr enttäuscht zurück ins Revier. Kurz nach ihrer Rückkehr rief Dr. Krug auf ihrem Apparat an. Ich habe da eine interessante oder besser gesagt merkwürdige Entdeckung gemacht. Diese unbekannte Substanz, von der ich Ihnen erzählt hatte, setzt offenbar eine andere Chemikalie außer Kraft. Das heißt, fragte Efi nach. Sie hasste diese Heimlichtuerei der Wissenschaftler. Ganz einfach. Ich würde Ihnen nicht raten, diesen Duft langfristig zu tragen, wenn Sie die Pille nehmen. Die verliert nämlich ihre Wirkung nach einiger Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass man dies bei der Entwicklung übersehen hat. So etwas kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Die Beamtin konnte nichts damit anfangen. Offenbar handelte es sich um einen Forschungsfehler, der nichts mit ihren Fällen zu tun haben konnte. Trotzdem machte sie eine Aktennotiz dazu. Für sie selbst war diese Tatsache uninteressant. Sie lebte schon einige Jahre allein und hatte seit ihrer letzten chaotischen Beziehung die Nase voll von Männern. Thilo und viele andere Kollegen waren schon nach Hause gegangen, als das Telefon auf Efis Schreibtisch erneut klingelte. Sie zuckte hoch. Offenbar hatte sie ganz die Zeit vergessen. Fischer, Mordkommissariat, meldete sie sich mit müder Stimme. Ein erfrischendes Lachen war die Antwort am anderen Ende der Leitung. Wie ich hörte, haben Sie nach mir gefragt. Ich wollte mich nur zurückmelden und Sie zum Essen einladen, klang Ruben Starks selbstbewusste Stimme aus dem Hörer. Efi wollte gerade antworten, dass sie zu müde war, um auszugehen. In Wirklichkeit wollte sie nur nicht auf Abruf für diesen Kerl zur Verfügung stehen. Da wurde ihr die Entscheidung schon abgenommen. Ich schicke Ihnen in 15 Minuten einen Wagen. Aber, aber ich muss mich doch noch umziehen, versuchte Efi eine Entschuldigung zu finden. Aber Stark hatte längst das Ruder übernommen. Das können Sie auch hier tun. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Damit legte er auf. Verdammt nochmal, was bildete dieser Typ sich eigentlich ein? Efi war empört. Niemand hatte je so über sie bestimmt. Dabei war Stark eigentlich einer der Verdächtigen. Vielleicht gelang es ihr aber auch, privat etwas mehr herauszufinden. Mit dieser Ausrede vor sich selber eilte die hübsche Blondine zu den Toiletten, um sich wenigstens noch etwas frisch zu machen. Genau 15 Minuten später fragte der uniformierte Chauffeur am Empfang nach Efi Fischer. Der Wald tagte die Sangue Ombra am anderen Ende der Welt, in Los Angeles. Die Fenster in dem großzügigen Konferenzraum waren verdunkelt. Dennoch trugen einige der Anwesenden ihre Sonnenbrillen zum Schutz. Wir sollten vorsichtiger sein, mahnte die schwarzhaarige Lady Rilana, einer der ältesten Logenvampire gerade. Wenn die Menschen uns auf die Spur kommen, bevor wir unser Ziel erreicht haben? Gabriel Stark winkte überlegen ab. Unsere erste Serie läuft hervorragend in den USA, Asien und Europa an. Unsere Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck an der Weiterentwicklung, sodass wir bald jeden Haushalt infiltrieren können und sei es mit einfachem Geschirrspülmittel. Aber noch müssen wir sie betäuben, warf ein anderer der Logenmitglieder ein. Nur die Ruhe, meine Damen und Herren. Bald werden wir sie melken können wie Ameisen die Blattläuse. Und nebenbei sorgen wir noch für den Weltfrieden, lachte Stark. Aber wie lange werden wir unsere eigenen Leute noch kontrollieren können? Mehr und mehr von uns sind auf das Zeugs angewiesen, sagte die zierliche Lady Rilana, die von adeligem Blut war. Sie und die jüngere Valerie, Ruben Starks Sekretärin und Vertraute, standen in direkter Konkurrenz, was ihre dunkle Schönheit anging. Nun, da sehe ich weniger ein Problem. Unsere Testreihen sind fast abgeschlossen. Die Gewandelten reagieren nicht auf Red Honey, also ist das Produkt exklusiv für unsere Elite. Wir, also die Loge, dabei schaute er nacheinander jeden Einzelnen der Mitglieder an, müssen diese Elite nach wie vor im Griff behalten. Es sind unsere Produkte und diese Droge wird sie gefügig halten. Außerdem ist es wichtig, dass wir im Untergrund bleiben, bis die Menschen sich an die Chemikalie gewöhnt haben und ohne sie nicht mehr leben können. Es ist ein winziger Teil unserer uralten Macht darin enthalten, die ewige Jugend und Schönheit schenkt. Sie werden süchtig danach und wir nach ihnen. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Loge wird nicht nur unsere eigene Rasse kontrollieren, sondern die gesamte Menschheit. Nur, dass die Menschen das nicht überleben, murmelte Valerie, die Gabriel Stark gegenüber saß und später seinem Sohn Ruben das Protokoll der Sitzung übergeben würde. Dieser war in Berlin geblieben, um dort die Geschäfte weiterzuführen. Stark hatte es dennoch gehört. Da gebe ich Ihnen recht. Sobald wir aber die Industriestaaten kontrollieren, sind die unterentwickelten Länder ein Kinderspiel. Die Pheromone in unseren Mitteln sorgen dafür, dass die Menschen bald nichts anderes als ihr Vergnügen und ihrer Vermehrung im Sinn haben. Um den Rest kümmern wir uns dann. Viele von uns sitzen bereits an Regierungsstellen und den führenden Wirtschaftsunternehmen. Sobald die Mischung ausgereift genug ist, bringen wir die konzentrierte neue Serie auf den Markt. Bis dahin müssen wir unser delikates Vorhaben noch geheim halten. Ebenso delikat war das Dinner mit Ruben Stark. Efi war noch nie so verwöhnt worden. Zudem hatte Ruben ihr ein elegantes, dunkelblaues Paillettenkleid geschenkt, das ihrer Meinung nach viel zu kurz war. Er hatte darauf bestanden, dass sie es direkt anzog, und es brachte ihre schlanken Beine hervorragend zur Geltung. Auf der Dachterrasse des exklusiven Penthouses über den Dächern von Berlin servierte er ihr Hummer und Champagner sowie weitere Leckereien, die aus einer Fünf-Sterne-Küche stammten. Es herrschte eine romantische Stimmung, wie man sie sonst nur aus einem der alten Hollywood-Streifen kannte. Meerarmige Kerzenleuchter standen an den Seiten des Tisches, indirektes Licht und leise Musik drang aus dem Wohnzimmer durch die gläserne Schiebetür, die halb offen stand und die warme Sommerluft hineinließ. Allein dieses Zimmer war dreimal so groß wie Efis Zwei-Zimmer-Wohnung. Efi fand den Abend zwar toll, empfand Ruben aber auch irgendwie als Angeber. Oder war das nur ihr eigenes schlechtes Gewissen, dass sie seiner Aufforderung so leicht nachgekommen war? Efi fiel bei so viel überwältigendem Luxus gar nicht auf, dass Ruben gar nichts zu sich nahm, sondern sie nur aus seinen dunklen Augen betrachtete. Ab und zu nippte er an einem Glas Rotwein. Seine intensiven Blicke machten sie verlegen und sie vermied den Augenkontakt, so weit wie möglich. Nach dem üblichen Smalltalk fragte Ruben unvermittelt wieder im vertrauten Du. Willst du mir nicht endlich den Grund deines heutigen Besuches verraten? Efi verschluckte sich fast an einem Stück Hummerfleisch und musste husten. Natürlich. Es geht um mehrere Mordfälle, bei denen einige Opfer Besucher deiner Diskothek waren. Und dein Parfum trugen, antwortete sie nüchtern, nachdem sie die Fassung wiedergefunden hatte. Mein Parfum? hakte Ruben spöttisch nach. Ja, ich meine natürlich das Zeug, das ihr herstellt. Das tragen mittlerweile Tausende hier im Lande und sogar weltweit, bemerkte er trocken. Dabei betrachtete er sie immer noch wie ein Habicht die Maus, kurz vor dem Sturzflug. Die junge Frau wusste nichts mehr darauf zu erwidern. Natürlich hatte er recht. Und das Exit hatte im Monat mindestens ebenso viele Besucher. Das alles konnte Zufall sein. Ich würde dir gerne Fotos der Opfer zeigen, wenn ich darf, schlug sie ganz sachlich vor. Ruben lachte laut auf. Efi schaute ihn verwundert an. Nimmst du immer deine Arbeit mit, zu einem Date? Jetzt musste auch die Polizistin lachen. Entschuldige. Macht der Gewohnheit. Außerdem habe ich wirklich geglaubt. Ruben stand auf und ging zu ihr hinüber. Sanft zog er sie an den Schultern vom Stuhl hoch. Was, dass du mich zwischen zwei Gängen des Mordes überführen könntest? Efi spürte, wie sie rot wurde. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann ihr das zuletzt passiert war. Rubens Stimme wurde jetzt leise und eindringlich. Weißt du, was ich glaube? Dass ich dich lieber verführen würde. Wie unter einem hypnotischen Zwang ließ sie sich von dem attraktiven Mann in die Arme nehmen. Instinktiv fanden ihre Lippen zueinander. Ihre Logik setzte aus. Ich kann diesem Typen nicht vertrauen, dachte sie noch. Als hätte Ruben ihre Gedanken gelesen, was er übrigens auch tat, hob er sie wie eine Puppe hoch. Er besaß eine erstaunliche Kraft in seinem schlanken Körper. Mit Leichtigkeit trug er sie zu der halbhohen Metallbrüstung, welche die Terrasse von der Tiefe trennte. Was hatte der Kerl vor? Panik machte sich in ihr breit. Ehe sie sich versah, hielt Ruben sie in seinen Armen über die Absperrung. Unter ihnen brodelte der Verkehr der Großstadt, in der die Nachtschwärmer unterwegs waren. Efi wagte es nicht hinunterzuschauen. Zitterte sie vor Angst oder vor Erregung? Vertraust du mir jetzt? fragte Ruben kühl, drehte sich um und ließ sie, ohne eine Antwort abzuwarten, wieder auf den Boden hinunter. Dabei streifte er mit beiden Händen das ohnehin schon kurze Kleid hoch. Efi wollte eine abwehrende Bewegung machen. Nicht doch, man kann uns sehen, sagte sie verlegen. Ruben lachte leise. Was denkst du machen gerade Dutzende andere Paare hinter diesen Fenstern? Er deutete mit dem Kopf auf die umstehenden Hochhäuser und drehte sie zu der Brüstung um, sodass er jetzt hinter ihr stand. Mit einem gekonnten Griff zog er ihren Spitzenslip hinunter. Dann glitten seine Hände wieder von unten nach oben ihre Beine entlang, bis er den Tau spürte, mit dem ihr Körper auf ihn wartete. Sie hatte Angst, dass er sie hier oben völlig entkleiden würde. Trotzdem genoss sie mit geschlossenen Augen jede seiner Berührungen. Mit einem Fuß spreizte er ihre Beine, während seine Lippen gleichzeitig den zarten Nacken rauf und runter glitten. Sie konnte sich gerade noch an dem Geländer festhalten, als er in sie eindrang. Seine vampirische Art war von überzeugender Dominanz. Von der sternenklaren Nacht bekam Efi nicht mehr viel mit. Die Geräusche der Großstadt verschwammen in ihren Ohren. War sie es, die da schrie? Normalerweise war die coole Beamtin nicht der Typ, der gleich beim ersten Date mit jemandem ins Bett ging. Ehrlich gesagt war ihr das noch nie passiert. Ruben überzeugte sie in dieser Nacht, dass sie offenbar etwas verpasst hatte. Während Efis Körper vor Hitze fast zu verglühen schien, blieb seine Haut kühl. Berechnung und Empathie waren die Trümpfe, mit denen er sie auf den Höhepunkt der Ekstase brachte. Als er von ihr abließ, zog sie hastig ihr Kleid wieder herunter. Irgendwie war ihr diese Situation peinlich. Ruben brachte ihr ein frisches Glas Champagner. Noch etwas zum Nachtisch? fragte er hintergründig. Efi leerte das Glas fast auf einen Zug. Dann führte Efi raussetzel Untertitelung des ZDF, 2020